Die ersten 20, 25 Minuten haben uns extrem schwer getan. Alltag war auch ballsicher, haben ein bisschen Probleme gehabt mit dem Spielaufbau von Gegnern, auch was das Pressing betrifft. Aber haben wir dann besser gemacht und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man dann bis zum Schluss dran bleibt. Wir haben dann nochmal eine gute Ballerobung gehabt, sind gut über den Flügel gekommen. Nach einer Flanke, Kopfball, Tor und das ist eigentlich ähnlich in der zweiten Halbzeit. Das ist lange her, dass wir ein Spiel zweimal gewonnen haben mit zwei Flanken und zweimal mit dem Kopf abgeschlossen haben. Wie gesagt, wenn man dann auch zwei unterschiedlichen Mannschaften aufs Feld schickt, dann muss man auch beide Halbzeiten sehen und zweimal zu null, das ist wichtig. Ein, zweimal hat man auch das nur dann geglückt dabei. Aber nochmal, wir sind jetzt seit einer Woche im Training, haben so viele Dinge auch verändert. Es braucht auch eine gewisse Zeit, bis dann der Rhythmus auch da ist. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben und noch viel zu tun haben. Aber für das erste Spiel reinzukommen und einfach auch wieder den Ball laufen zu lassen, das hat Spaß gemacht und jetzt freuen wir uns auf die nächsten Wochen.